Ja, wir finden euch schon. Eben, ja. Ja, das stimmt, da bin ich letztes Mal auch gefahren. Genau, jetzt haben wir es schon. Links, 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 schau, immer den grünen Schild abholen. Ja, da geht es jetzt tatsächlich. Aber da finde ich es dann richtig nett. Jetzt ist es glaube ich noch mehr so Waldboden. Da unten geht es dann eher scharf nach rechts. Aber mit dem Tempo kannst du es tun. Jetzt geht es in den Wald. Und genau der Fest wird es entlang. Total nett. So. Jetzt können wir Gas geben. So. 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 ich habe die Karten. Ich habe die Karten. Lass mich hin. So. Philippa siehst du fast nicht genau. So. So. Hallo.